Leben hat ab dem Moment wieder einen Sinn, wo ich mich aufs Motorrad setze. Ansonsten hat das Leben... Wie man so schön sagt, kann ich nicht anderes sagen. Das Leben hat für mich sonst... Nenn mir einen Grund, warum ich morgens aufstehe. Ich gehe nicht mehr arbeiten, ich habe keinen, der auf mich wartet, ich wohne alleine. Ich habe keine Perspektiven, ich kann mir nichts aufbauen. Hi, herzlich willkommen bei Rock the Bike. Heute mit einem Interviewpartner, und zwar Luisa aka Ciao Kakao. Moin. Moin, genau. Luisa, wir haben... Ich habe dich quasi das erste Mal so richtig wahrgenommen über die Custom Bike-Message. Ich habe vorher schon ein paar Mal dein Profil gesehen und bin dann auf dein Profil gestoßen und habe da ein paar Sachen gesehen, weswegen ich unbedingt wollte, dass du mal hinkommst. Habe dich dann angeschrieben, du hast gesagt, ja, cool. Vielleicht stellst du dich den Zuschauern aber einmal ganz kurz vor, für die, die dich nicht kennen. Moin. Anfang der Woche noch geschrieben. Heute bin ich hier. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Ich bin 24 Jahre alt. Ich heiße Luisa, komme aus dem schönen Nordrhein-Westfalen, aus dem Lippertal und fahre seit neun Jahren Motorrad. Darauf kommen wir gleich, wie lange du Motorrad fährst und so weiter. Ich habe aber natürlich dich als allererstes Mal wegen deinem Motorrad-Content wahrgenommen. Aber du stehst für so viel mehr. Und vielleicht sagen wir den Zuschauern ganz kurz, das mit der Sonnenbrille, weil das ist ungewöhnlich, dass Leute hier mit Sonnenbrille sitzen, hat einen Grund. Und zwar Luisa hat mit Lichtempfindlichkeit ab und zu nicht immer Schwierigkeiten. Es kann also durchaus sein, dass sie währenddessen mal die Sonnenbrille absetzt oder auch nicht. Also kein Coolheitsfaktor, sondern ein, ich sage mal, Faktor, der einfach für die Erträglichkeit der verschiedenen Lichter, denn das, was ihr hier nicht seht, wir haben hier Lichtboxen aufgestellt, wir haben Oberlicht. Schon echt hell. Genau, es sind verschiedene, muss ich selber sagen, manchmal habe ich das auch, dass ich wirklich, wenn ich irgendwo länger hingucke, dann so fast wie so ein Flackern habe. Ja, also, fangen wir vielleicht mal ganz soft an. Ciao Kakao, wie ist dieser Name zustande gekommen? Es gibt ganz simple Antworten darauf, weil ich es immer sage, weil ich immer Ciao Kakao sage und irgendwann wurde ich damit einfach nur noch in Verbindung gesetzt. So Luisa, Ciao Kakao. Ja, es ist einfach Ciao Kakao und yes. Entweder ging es den Leuten auf den Sack oder die Leute, aber das Ding war, der Effekt dahinter war, die Leute haben sich immer gemerkt. Luisa, Ciao Kakao. Und dann war es für mich, wie nenne ich mich bei Instagram? Ciao Kakao. Ciao Kakao gab es natürlich schon, war natürlich schon weg. Also ein paar O's dahinter gepackt. Also immer Ciao Kakao. Aber an sich ist das so das, womit ich mich identifiziere. Wie lange bist du bei Instagram? Boah, ich muss jetzt ein bisschen nachgucken, ein paar Jahre. Also ich habe das ja... so privat ganz lange gemacht, ne? So 800, 900 Follower für Familie, Freunde, Leute, die man kennengelernt hat im weiteren Leben irgendwie. Und jetzt dadurch, durch diesen Schicksalsschlag, den ich da... Kommen wir gleich zu, ja. hatte im Oktober 2022, ja, ist es halt so, dass ich verschiedene Probleme damit habe und verschiedene Langzeiten. Und das bedeutet vor allen Dingen auch, du hast durch deine Seite, wer jetzt zum Beispiel auf das Profil guckt, sieht, du hast relativ viele Follower, natürlich auf Sachen aufmerksam gemacht. Ja. Vielleicht erklärst du den Leuten ganz kurz, du hast gerade erzählt, Oktober 2022 oder wann war es? Oktober 2022 war es. Hat dich ein Schicksalsschlag geeilt, der im Grunde genommen ganz viele von uns eilt hat. Du hast Corona bekommen. Ja, wollen wir ganz klar sagen, wie es ist. Also ich habe meine erste und einzige Covid-Infektion im Oktober 2022 bekommen. In dem ersten Jahr habe ich von Covid direkt Post-Covid bekommen, dadurch diverse Folgeerkrankungen vom Herzen bis zur Lunge. Also da gibt es ganz viel, das ist sehr vielseitig und komplex leider, aber auch einen positiven Aspekt dazu und der ist mir ganz wichtig, ich habe die Liebe zum Motorradfahren halt wieder gefunden dadurch und mir den Weg durch die Krankheit zum Motorradfahren wieder erkämpft, sage ich mal, weil es einfach das Einzige ist, was mir ansatzweise mein altes Leben zurückgibt, wo ich wirklich merke, oder ich merke es nicht, ich merke gar nicht. Das ist das Ding, ich merke gar nichts. Ich setze mich drauf und mein Kopf ist... Jetzt sagst du das so, aber erzähl mir mal ganz kurz, du hast mir eben ein bisschen was erzählt, bezüglich, weil die Leute sagen so, okay, das ist krass, können sich keine Vorstellungen machen. Dein Herz, du hast mir eben was erklärt, das müsstest du mal den Zuschauern erklären, wie dein Herz funktioniert, weil du hast mir gesagt, ein normaler Mensch, der reguliert sich. Also auf einfach erklären. Ja, auf einfach erklärt. Also bei mir ist es so, mein Herz passt sich verschiedenen menschlichen Zuständen nicht an. Beispielsweise, also wenn ich sitze, habe ich jetzt immer einen ziemlich erhöhten Puls. Nicht nur ziemlich erhöht, sondern er ist ungefähr bei dem doppelten, als es eigentlich sein sollte. Wenn ich mich jetzt hinstelle aber, dann müsste sich mein Herz dem Zustand, wenn ich stehe, anpassen. Das ist ja bei jedem Menschen unterschiedlich, man hat 10, 120 Beats per Minute auf. Es hat verstanden, der Körper steht, ich muss zwar etwas mehr pumpen, weil, ne, mehr Sauerstoff, mehr was auch immer, aber es funktioniert. Das ist bei normalen Menschen der Fall, bei mir ist das aber nicht der Fall. Bei mir ist mein Energielevel und mein Herz und der Sinusrhythmus immer über der Normfrequenz. Also mein Herz macht immer das Dreifache von dem, was es eigentlich tun sollte. Wenn wir mal in der Motorrad-Szene sind, im Grunde genommen hast du immer Drehzahl 4.000, 5.000. Mach mal 7 draus. Oder 7.000, ja. Also rast quasi geradewegs in den roten Bereich. Und normalerweise wird jetzt eine Begrenze einpacken, der menschliche Körper, macht bei dir nicht. Und irgendwann macht der Motor, bumm. Bei mir muss ich das selber machen, leider. Genau, aber wenn nicht, und das ist das, was du mir gesagt hast, wie bei einem Motor, macht der Motor bumm. Und das wäre nicht gerade förderlich für deine Gesundheit und dein Leben? Dasselbe ist wie bei einem, das ist eine Vorstufe zum Herzinfarkt. Also meine Krankheit, das Postural-Tachycardie-Syndrom, sei es das, ist nichts anderes als Vorhofflimmern. Also das ist das, was ich immer habe, wenn mein Herz zu viel macht. Und das macht es immer. Ob ich liege, ob ich sitze, ob ich stehe, ob ich esse, ob ich rede. Du bist, das hast du mir eben gesagt, für, also seit jetzt einem Jahr quasi, nicht in der Lage, wirklich am Alltag, also du kannst leben, das tust du ja, du sitzt hier, du redest, du atmest, du isst, trinkst. Aber du kannst am Alltag so nicht teilnehmen, also am Arbeitsalltag, weil alles, was dich anstrengt, im Grunde genommen natürlich dazu führt, dass dein Herz, und du musst dich wieder regulieren, das heißt, du brauchst Pause. Also es ist sehr schwer für dich. Also es gibt Wege, wie man damit klarkommt, es gibt Wege, wie ich damit leben kann. Eben Pausen, verschiedene Sachen zu der Krankheit, Pacing, es gibt verschiedene Sachen, die einem helfen, Sachen, Werte zu messen und immer unter den Werten zu bleiben. Immer unter der angemessenen, meiner angemessenen körperlichen Grenze. Und das hilft mir, meine Symptome, die ich darüber hinaus habe, durch Post-Covid, dass die nicht so, dass ich die einfach in Schach behalte, indem ich immer unter der Grenze bleibe. Das bedeutet aber auch, wirklich absolut nichts zu machen. Ich mache keine Wäsche, einen Korb hochheben oder so, das ist teilweise so anstrengend, dass ich mir, ich überlege mir, was ich am Tag mache. Ich hole einmal Wäsche und gehe duschen und dann war es das für mich. Also ich lege mich dann den ganzen restlichen Tag hin, schneide Videos am Handy klar, das mache ich nebenbei so, aber mich bewegen, kochen, denken, das funktioniert nicht. Denken auch nicht. Also wirklich sich so mal strukturierte Pläne zu machen, Verabredungen zu machen, sich einen Urlaub zu planen oder sich mal zu denken, ich nehme mir mal das und das vor, ich habe auch das und das vor, das kriege ich gar nicht hin. Weil ich immer damit rechnen muss, mein Herz und die Krankheit macht halt eben nicht so, wie ich will, sondern halt eben so, wie sie es will. Es ist krass, wenn man sich vorstellt, die Dinge, die wir im Alltag haben, die wir vielleicht auch gar nicht mögen, Wäsche waschen, also ich mag keine Wäsche waschen, die kannst du nicht machen. Also ich meine, du bist heute von deinem Vater gebracht worden, weil auch Autofahren dir sehr schwer fällt. Ja, das ist eine zu weite Strecke ganz einfach, zweieinhalb Stunden jetzt hier hin, das hätte ich, also Autofahren an sich kann ich, ich habe es auch gelernt, ich kann mich auch jetzt in ein Auto setzen und zehn Minuten fahren, aber ich fühle mich nicht wohl dabei und ich weiß auch, wenn ich das länger als zehn Minuten mache, dann wird es auch irgendwann ziemlich scheiße gefährlich. Und was ich damit sagen wollte, ist aber, du hast natürlich Eltern an deiner Seite, die dir helfen, deinen Alltag zu bewerkstelligen, weil, also du hast mir ja gesagt, ohne das wäre es wahrscheinlich nicht einfach. Ja, auf jeden Fall. Also egal, ob das Wäsche waschen ist und so weiter und damit die Leute sich das vorstellen können, ich kenne das zum Beispiel so, ich hatte einen Herzinfarkt, nachts zum Beispiel, habe ich schon mal Albträume oder sowas, dann wache ich auf und dann habe ich das Gefühl, bumm, 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 bumm. Das kann ja jedem Menschen passieren. Du bist nachts auch unter Kontrolle, du hast ein EKG angeschossen an deinen Körper. Ja, sowieso, also ein Langzeit-EKG, eine Apple Watch immer, also die auch darauf eingestellt ist, mir zu verschieden, also fällt mein Blutsauerstoff oder EKG oder Ruhepuls unter einen bestimmten Wert, macht die Uhr ein ziemlich lautes Geräusch, vibriert und macht mich darauf aufmerksam. Krass. Eben auch, wenn ich schlafe, was aber nicht oft der Fall ist, also pro Nacht schlafe ich jetzt nicht länger als zwei oder drei Stunden, deswegen auch die Augen ringer. Krass. Also nein, nicht deine Augen, oh, das kam falsch rüber, das kam falsch rüber, das war... Schnitt. Nein, es ist die Info eher, ne? Ja, ja, die zwei bis drei Stunden, also ich meine, ich bin schon mit sechs Stunden unterfordert, also ich brauche meine sieben bis acht Stunden. Auch nicht am Stück, also es ist immer ein sehr, so wie es tagsüber ein Kampf ist, ist es nachts ja auch. Mein Körper ist ja nachts nicht anders als tagsüber, ne? Verstehst du, wie ich meine? Für einen selber denkt man, oh, nachts, ich schalte jetzt ab, ich bin weg, aber ich schalte nicht ab, ich kann nicht abschalten. Mein Herz und mein ganzer Körper macht ständig nicht das, was es sollte. Ob ich liege und kaum Luft kriege, ob ich versuche zu laufen, spazieren zu gehen und merke, hier, total, es wird immer schlimmer, ich kriege total die Hitzewallung, Fieber sofort, es schnürt sich alles zu und das Nächste, was passiert, wenn ich nicht interagiere und nicht Pause mache, wirklich Ruhe mache, Augen zu, komplett dunkler Raum, also es darf nichts mehr reizen sein, komplett keine Reize mehr sein, ich nur noch für mich, alles ist auch lauter immer automatisch. Wenn ich da interagiere und sage, so, jetzt runter, dann geht es mir zwar in dem Moment schlecht, aber es ist das Beste, was ich machen kann, weil es würde mir noch viel schlimmer gehen, wenn ich dann nicht sage, ich kann jetzt wirklich nichts machen. Umso erstaunlicher finde ich, dass du Motorrad fahren kannst und auch willst, ja, weil ich habe dir ja gesagt, einer der Gründe, warum ich dich auch unbedingt hier haben wollte, ist, weil ich glaube, ich versuche den Satz so zu formulieren, wie ich ihn eben gesagt habe, Motorrad fahren, für alle, die da draußen Motorrad fahren, hat eigentlich eine Bedeutung, oder für 99 Prozent, es hat etwas mit Freiheit zu tun, etwas mit einem Gefühl zu tun, wie es vielleicht andere auf einem Pferd bekommen oder sowas, ich kann da nicht mitreden, aber das Motorrad gibt einem so ein wahnsinniges Gefühl von zu leben, frei zu sein. Ich zum Beispiel höre auch keine Musik auf dem Motorrad, weil ich alles wahrnehmen möchte. Und umso erstaunlicher finde ich, dass du Motorrad fahren kannst, hast mir aber auch gesagt, dass es dir dabei hilft im Grunde. Ja, es gibt nur den einen Aspekt, ich mache das nur aus dem einzigen Grund, weil es das Einzige, das ist das Wichtige dabei, es ist das Einzige, was mir ansatzweise hilft, sowohl physisch als auch kognitiv. Wenn ich nicht Motorrad fahren würde, wüsste ich nicht, wo ich jetzt heute wäre, bin ich ganz ehrlich, wüsste ich nicht, ob ich die, ja, es ist jetzt über ein Jahr, es ist fast 17 Monate, ob ich die so durchgezogen hätte. Aus Lebensfreude. Aus Lebensfreude, aus Hoffnung wirklich, dass mein Leben noch einfach einen Sinn hat, ohne Scheiß. Also wirklich jetzt, ich habe ja über ein halbes Jahr nichts anderes gesehen, außer dunkle Räume. Oder mal meinen Balkon oder so, oder irgendwelche Kliniken. Und habe mich dann Stück für Stück, so wie meine eigenen körperlichen Grenzen sind, ohne irgendeinen Druck von außen oder aus irgendeinem Unfall, ich habe mich von allem zurück abgekapselt und habe Stück für Stück mir, ja, mich zurückgekämpft zum Motorrad fahren. Aber halt eben auch wirklich Step by Step. Also das war tagelang fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten und sich dann erstmal hochführen, dann zu den Eltern, dann mal nach Herford, also Nachbarort. So, ich habe ja Zeit. Ja. Ich habe ja nichts. Leider Gottes ja. Ich habe ja Zeit. Leider Gottes ja. Und dabei muss man ja sagen, du hast mir erzählt, du hast vorher, bevor du deine Erkrankung hattest, warst du ja ein junges Mädchen, Frau, die am Leben teilgenommen hat. Ja, super gerne. Du hast bei BMW gearbeitet, du hast dich mit Rennsport auseinandergesetzt, du bist Motorrad gefahren, du hast natürlich ein Leben, ja, und das fällt ja auf einmal so bumm weg. Ich glaube, das war auch das, womit ich am meisten und am längsten zurechtkommen musste erstmal. Man weiß nicht, wo geht die Reise hin. Es ist eine bisher unheilbare Krankheit, das ist, wie es ist. Es gibt nicht viel Unterstützung, wenn man jetzt Unterstützung bekommt, dann kann man irgendwann sagen, cool, ich habe die Reha hinter mir, ich habe die Klinik hinter mir, ich habe die Medikamenten hinter mir. Es wird, man merkt einen positiven, diesen Aspekt habe ich ja nicht. Ich habe ja nicht ein Stück, das ich merke, es geht jetzt in die richtige Richtung. Ich merke nur für mich, wie ich besser mit diesem Ganzen umgehen kann und ich habe für mich einen Weg gefunden, durchs Motorradfahren mit dem Ganzen umzugehen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich das Motorradfahren nicht hätte, diesen Ausgleich, dieses, ich setze mir einen Helm auf und ab dem Moment, wo ich auf diesem Motorrad sitze, geht es nur noch darum, dass ich auf diesem Motorrad sitze und was ich halt fühle in dem Moment. Ich merke, dass ich eine Brustenge habe, ich merke auch mein Herz noch währenddessen. Aber es ist nicht mehr schlimm, weil ich ganz anderes, ich bin in einem ganz anderen Umfeld, ich habe ganz andere Freiheitsgefühle und ganz andere, das Leben hat ab dem Moment wieder einen Sinn, wo ich mich aufs Motorrad setze. Ansonsten hat das Leben für mich sonst, nenn mir einen Grund, warum ich morgens aufstehe. Ich gehe nicht mehr arbeiten, ich habe keinen, der auf mich wartet, ich wohne alleine. Ich habe keine Perspektiven, ich kann mir nichts aufbauen. Es gibt nur das Motorrad, worauf ich mich draufsetzen kann. Mir fehlen ja selten die Worte, aber in dem Fall, da kann ich ja nicht drauf antworten, weil es genauso wie, hier saßen ja schon zwei, drei andere Menschen, die Schicksalsschläge hatten und ich muss sagen, das ergreift einen, wenn man es von der Person hört, anders als wenn man es irgendwo im Internet sieht. Mich selber auch, immer wieder, wenn ich darüber rede, meine Stimme wird jetzt auch brechlicher, es ist nichts Schönes, mir macht das keine Freude, wenn ich das auch immer wieder mir vor Augen halte. Aber umso schöner ist es ja, dass du damit offen umgehst und ich habe ja auch gesehen und du hast es mir eben auch gezeigt, du setzt dich ja dafür ein, du machst ja auf deinem Profil stark darauf aufmerksam. Das heißt also, es sind weit über 20.000 Menschen, die sich mit dir beschäftigen, die dir quasi Support geben. Täglich. Du hast mir auch eben ein paar Nachrichten gezeigt. Da bin ich auch dankbar für wirklich. Wo Leute dir wirklich Anteilnahme, also und zwar keine geheuchelte, sondern ernst gemeinte Anteilnahme sagen, wo sie sagen so, hey, Luisa, super, bleib stark. Unfassbar. Du hilfst mir auch, weil ich habe auch Ähnliches. Wo du eben gesagt hast, das Ding ist halt, Long-Covid, Post-Covid, das sind Dinge, die wir vielleicht inklusive mir so ein bisschen beiseite, also ich höre das mal ab und zu. Ich ja selber auch. Ja. Ich ja selber auch. Auch für mich war das, wie gesagt, kerngesund, keine Vorerkrankung, keine Allergie. Wenn ich Covid kriege, dann wird das für mich wie eine Erkältung. Ja. Fußguchen. Wie gesagt, deswegen finde ich das super, was du machst. Du hast mir auch eine, eben etwas gezeigt, also wir sitzen hier schon ein bisschen länger. Ja. Wir haben uns noch vorbereitet. Du hast mir eben was gezeigt, eine Seite, wie hieß die nochmal? Nicht genesen. Nicht genesen. Die können wir gleich mal einblenden. Es ist nicht leicht, das hat sie mir auch gezeigt. Wenn ihr bei Instagram zum Beispiel, was war das? Einfach Long-Covid. Long-Covid. Nur Long-Covid. Findet ihr keine Ergebnisse. Was ich erstaunlich finde, dann müsst ihr auf alles Anzeigen drücken. Und nochmal. Und dann nochmal runter. Und dann seht ihr erst was. Also das, ich bin kein Verschwörungstheoretiker und will ich auch gar nicht sein. Aber es ist schon krass. Und wenn man dann auf diese Seite nicht genesen guckt und dann die ganzen Bilder sieht. Ich habe dir das ja auch nur gesagt, weil du gesagt hast, so krass, dass die Krankheit so krass ist, kenne ich das nicht. Nein, das kenne ich auch nicht. Und ich sage, natürlich nicht, weil diese ganzen Seiten werden einem ja auch nicht per Werbe-Ads, per Vorschlag oder so gezeigt. Nein, die werden sogar reaktiv geheim gehalten. Man muss halt es speziell danach suchen, akribisch danach suchen nach sowas. Hast du denn, kriegst du denn auch Nachrichten von Leuten, denen es ähnlich geht wie dir? Ja. Und interagierst du mit denen? Ja, also weil es mir wichtig ist, auch Leuten zu helfen, die die Krankheit noch nicht so lange haben, wie ich sie habe. Ja. Und weil es Leute gibt, die die Krankheit länger haben als ich. Und man sich immer noch, ich habe die Krankheit jetzt seit über einem Jahr, es gibt immer noch Sachen, die mir neu sind, die mir neu helfen. Verschiedene Supplements, ich nehme ja auch Vitamin D und sowas alles. Dass es da verschiedene Sachen gibt oder das mit dem Salz. Das ist gut fürs Herz, also Muskulatur aufbauen. Ja, das mit dem Salz zum Beispiel, weiß ich auch erst seit einem halben Jahr. Salz, ich nehme am Tag 13 Gramm Salz, jeden Tag, weil es gibt keine Long-Covid oder für meine Herzprobleme irgendwelche Medikamente außer Blutdrucksenker, Beta-Blocker, die ich nehme, nehme ich Salz. Salz öffnet die Blutgefäße, das Herz kann besser pumpen. Das sind alles so normale Sachen, die wüsste ich nicht, wenn ich mich jetzt nicht mit anderen darüber unterhalten hätte, die das auch haben. Seid ihr denn organisiert? Also habt ihr, gibt es so, also klar, jetzt nicht genesen ist zum Beispiel die Seite, die mir gezeigt hast, aber gibt es sowas, wo man sich austauscht darüber? Weil ich sage mal so, wenn du sagst, das ist jetzt ein Jahr her und Corona ist ja auch erst drei Jahre her, dass das uns quasi überrollt hat. Die Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft, vor allen Dingen aber auch in der Politik, wird wahrscheinlich nicht so groß sein, weil die Kosten, wir haben eben mal so grob überschlagen, wahrscheinlich zehn Prozent weltweit, die an Long-Covid leiden, also der betroffenen Corona-Patienten. Das wäre ja auch für die Krankenkasse, für das gesamte System natürlich eine große Belastung, logischerweise. Also wer sich mit dem Krankheits- oder mit dem Gesundheitssystem in Deutschland auskennt, der weiß, diese Belastung wäre extrem. Ich habe vorgestern erst bei Markus Lanz unseren Gesundheitsminister gesehen, wie er erzählt hat, wie er alles finanzieren will, selbst für die Kleinigkeiten, wie E-Tickets sind ja kein Geld da. Da würde sowas natürlich belasten, aber meine Frage ist, habt ihr irgendwie etwas, wo man organisiert, sagt, pass mal auf, wir müssen auf uns aufmerksam machen und wir wollen halt auch, weil, ich finde es immer noch so krass, dass du mir eben erzählt hast, ohne deine Eltern könntest du eigentlich nicht nur dein Leben nicht bestreiten, sondern auch dich nicht finanzieren. Ich wäre schon längst auf der Straße, das ist a word, das ist true. Also, weil einfach nicht, weil ich kein Geld verdiene, darum geht es nicht. Sondern, weil so viel ist einfach nicht mehr, ich habe kein strukturiertes Leben mehr. Ich verdiene ja auch nicht mehr regelmäßig, ich kriege ja alles nachträglich, wenn mein Krankenschein, meine neue Krankenschreibung vorbei ist, dann kriege ich eine Nachrichtigkeit. Miete und sowas, das sind so alles so die normalsten Sachen, wenn meine Eltern mir da nicht helfen würden und die Miete vorstrecken würden, damit ich die am Ende des Monats nachgeben kann, dann hätte ich auch schon längst keine Wohnung mehr. Es gibt, um deine Frage zu beantworten, Gott sei Dank, gemeinnützige Organisationen, ehrenamtlich, nicht genesen oder Long Covid SOS Deutschland, das ist eine Facebook-Gruppe, das ist eine der größten Gruppen, da sind wirklich, da sind über eine Million Mitglieder drin, weltweit, da sind ganz viele Leute drin, wir unterhalten uns auf unterschiedlichen Sprachen und da gibt es auch so Gruppenregeln, immer nur mit, dass man eine Headline macht, damit man halt auch eben nicht das Doppelt hat und so und sich immer austauschen kann. Sowas ist total gut, weil ich teilweise, ich fühle mich ja, ich bin ja erstmal, bin ich immer alleine mit der Krankheit sowieso. Und natürlich habe ich auch mal einen Tag, wo ich denke, oh, das war jetzt aber, ich meine, ich kenne das schon, aber das war scheiße. Und dann gibt es nicht Google, wo ich mal gerade irgendwie was googeln kann oder einen Arzt anrufen kann. Ist eh nicht gut. Sowieso. Aber es gibt halt solche Gruppen, wo man, ich kann einfach das Keyword eingeben und es gibt 10.000 andere Leute, die genau das selber haben wie ich, wo drinsteht, wie die damit umgehen, was die als Haushaltslösung gerade da haben oder was auch immer, was mir dann für den Moment hilft. Das macht zwar die Krankheit nicht weg und das Syptom nicht weg, aber es gibt diese gemeinnützigen Organisationen, die uns untereinander helfen, dass wir uns untereinander sehen. Also wenn ihr mehr darüber wissen wollt, vielleicht sogar selber betroffen seid. Es gibt ja viele Sachen, die wir gar nicht so hundertprozentig einschätzen können. Luise hat mir eben erzählt, dass ja nicht immer so harte Auswirkungen wie bei ihr sein müssen. Es gibt ja auch durchaus Sachen, die zum Beispiel Vergesslichkeit, Kurzatmigkeit, kein Geruchssinn. Dann könnt ihr gerne mal bei Luise auf der Seite, wir werden die natürlich einblenden, Ciao Kakao. Und ich habe sie so kennengelernt, dass sie auch gerne hilft. Also klar, du sagst selber, es sind sehr viele Zuschriften, aber wenn ihr, schaut gerne mal vorbei, guckt euch das an. Dafür gibt es einfach ganz normale Sauerstoffflaschen, also gibt es auch in kleinen Kartuschen. Wollte ich gerade sagen, so kleine Kartuschen. Ja, ja, genau, aber halt auch ein größer, habe ich präventiv immer dabei. Also das heißt, das ist eine Sauerstoffanreicherung fürs Blut? Und Cortisol kommt da mit rein und Natriumchlorid zur Befeuchtung der Schleimhäute. Okay, krass. Ich meine, was du auf dich nimmst, um Motorrad zu fahren, ist an sich ja schon krass, ne?